Ich werde diese vier YouTuber suchen, sie werden sich auf der Karte verstecken, müssen mir eine Location senden und dann muss ich sie finden und muss sie danach jagen. Mit dabei ist MBK, der jetzt drei zufällige Autos spawnen kann. Äh, achso, ja, ich wollte noch ein bisschen tanzen. Okay, ähm, okay, drei Stück. Drei zufällige Autos. Oh mein Gott, ist der schlecht. Ja, ein cooler Ferrari, remember? Okay, okay, der Jet zählt natürlich nicht und du bekommst... Oh mein Gott. Ich denke mal, wir wissen alle, welches Auto du nimmst und zwar, du wirst den Ferrari nehmen. Den Ferrari werde ich nehmen. Okay, ich versteck mich dann. Okay, sehr gut, send mir die Location per Discord, versteck dich. Mit dabei ist auch Baseball-Basketballer-Army, der jetzt seine drei Autos spawnen wird. Bevor ich ausbauen, ich habe ein Rätsel für dich. Was hat dieser Ball und dein Kopf gemeinsam? Ich sag, es ist nur Luft drin. Lustig, werde ich so finden, Army, du wirst sehen, was du davon hast. Zählt nicht. Zählt nicht, ja. Kannst du hier nicht mit... Oh, ist aber ein Müllauto und auch ein Ferrari, by the way. Oh, ein Hacker... Oh, Junge, was ist das denn für ein Hacker-Auto, Junge? Wow! Einmal, ich glaube, die Hacker geht weg, wenn du einmal so upgradest. Ja, okay, dann upgradest einmal. Aber keine schusssicheren Reifen, sag ich direkt, ne? Also keine schusssich... Gar nichts gebracht, ja, weil es ein Hacker-Auto ist. Gut, okay, Army, versteck dich. Ich werde dich suchen. Dann haben wir Entchen. Was geht, Steini? Oh, Steini, Steini. Mein Doopscanner schlägt auch bei dir aus. Ente, halt deine Klappe. Ich werde dich heute sowas von finden. Spawn deine drei Autos und dann abfahrt. Oh, nein. Cool, ey. Ja, das erste zählt... Das ist eher ein zweiter Auto, Pech. Wenn du es löscht, hast du Pech, Ente. Oh, nein, ich lösche die Autos. Ja, Ente, das ist dein Auto. Herzlichen Glückwunsch. Ein alter Supersport Bugatti. Und du nennst mich Nu. Schönen guten Tag, Alter. So, Russack, du bist dran. Spawn deine drei Autos. So, also als erstes guck dir meine Hüfte an. Die werde ich heute auseinandernehmen. Okay. Und das ist das erste Auto. Er ist ein Noob-Auto. Und das zweite ist ein Anhänger. Seht nicht. Das heißt, das... Okay. Ey, Junge, was ist das heute? Ist das für die Hacker-Folge, oder was? Was ist das? Junge. Das ist die komplette Hacker-Folge. Russack, viel Spaß beim Verstecken. Und wir müssen natürlich die YouTuber wie immer fangen. Für jeden YouTuber, den ich fange, bekomme ich 52 Euro. Für den YouTuber, den ich nicht fange, muss ich 250 Euro zahlen. Viel Spaß, Russack. Ich werde mich jetzt in meine fünf Autos spawnen, mit denen ich die YouTuber finden muss. Aber jedes Mal, wenn ich einen YouTuber gefunden habe, muss ich mir neue Autos spawnen. Oh nein, Leute, jetzt muss ich das Auto nehmen, weil ich die anderen gelöst habe. Aber was soll ich denn damit machen? Der ist gar nicht so schnell. Damit komme ich niemals weg, Leute. Der ist richtig schlecht. Aber ich muss ihn jetzt verstecken, sodass der mich nicht findet. Let's go. Und bitte, ich muss da hochkommen. Der Hacker-Jab-Jab-Jab-Boost klappt. Bitte, bitte, bitte. Das Auto ist halt nicht so schnell. Let's go. Komm schon. Und... Oh, das sieht ganz okay aus. Auf dem Balkon. Woher könnte ich da oben bleiben? Das wäre lustig. Aber dann findet ihr mich gleich. Okay, Leute, weil mein Auto nicht so gut ist, werde ich mich jetzt hier verstecken. Und zwar werde ich jetzt den Job darüber machen. Das klappt 100%. Bitte, dafür ist das Auto doch schnell genug. Und... Komm schon, bitte. Oh, okay. Wir landen ganz gut. Wir landen ganz gut. Würde ich mir dann noch versuchen, dass ich da hinten aufs Dach komme. Weg mit dir. Okay, let's go. Und... Easy, easy, easy. Komm herüber. Und... Oh, wir sind hier auf der Terrasse gelandet dazwischen. Aber ich glaube, hier komme ich nicht wieder raus. Das ist keine gute Idee, hier zu bleiben, oder? Obwohl, doch, doch, doch. Da kommt man raus. Da bleibe ich natürlich einfach auf der Terrasse da oben, Leute. So, Leute. Zu meinem Versteck. Ich weiß nicht genau, wie ich mich am besten verstecken soll. Weil mein Auto ist Müll. Also versuche ich vielleicht einfach Offroad zu fahren. Und werde mich hier irgendwo... Kann ich irgendwie aufs Dach kommen mit dem Auto? Das wäre doch eigentlich ganz lustig. Wenn ich hier irgendwie hinkommen würde. Aber ich weiß nicht, ob man auf dieses Dach springen kann. Theoretisch gesehen mit genug Anlauf. Aber mein Auto ist zu langsam. Also glaube ich... Oh Gott, guck mich das an. Ach du heiliger Bim Bam. Also das wird kein Spaß heute. Da habe ich leider echt Pech gehabt bei der Verlosung, Auslosung. Wisst ihr, ich verstecke mich einfach hier. Und das wird schon passen. Ich mache einfach so einen Screenshot. So Leute, was will der Junge von mir? Das Auto ist schnell, Alter. Das Auto ist sehr schnell. Warte, wir müssen natürlich gucken, dass wir alles fair mit Multiplayer haben. Oh. Äh. So. Denk mal, 500 Multiplayer ist fair, Leute. Weil ich bin kein Cheater, so wie andere Leute hier. Wartet mal, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir könnten hier hochfahren. Ich muss jetzt erstmal hier hochfahren. Oh, aua. Entschuldigung, Entschuldigung. So. 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 Entschuldigung, Entschuldigung, die Dame. So. Wir müssen halt nur immer abchecken, wo wir uns hier verstecken können. Gibt es ja auch einen guten Weg zurück. Boah, Leute. Wenn wir uns jetzt hier so hinstellen und dort warten, bis er kommt, dann kann ich schon ausdrehen, weil er nicht gut hier wenden kann. Ich glaube, das wird mein Versteck sein. Jetzt muss ich mir nur ein Foto überlegen. Boah, das Foto ist, glaube ich, gut, Leute. Ich glaube, das ist gut. Perfekt, Leute. Ich habe ein gutes Foto gemacht und das schicken wir mir jetzt rüber. So, Leute. Ey, ich war lange nicht dabei, glaube ich, ne? Guckt mal. Der Wagen ist... Oh, Leute. Ich hoffe, er geht einfach nicht so schnell kaputt. Das Ding ist, ich überlege mir, vom Ding wäre es ja nicht schummeln, wenn ich den tun würde und ich würde dann schutzsichere Reifen rausmachen. Oder? Was sagt ihr dazu, Leute? Guck mal, ich wollte auch auf die Autobahn. Ich wollte gar nicht verstecken. Ich wollte nur auf die... Ah. Geht das Auto schnell kaputt? Es ist immer so wichtig, ob ein Auto schnell kaputt geht oder nicht schnell kaputt geht. Aber ja, nee, komm. Wir lassen es mal mit dem Tune. Ansonsten würdet ihr natürlich alle sagen, ja, es ist geschummelt, es ist geschummelt. Äh, und... Ja, wo könnten wir uns verstecken? Ein cooles Versteck. Wir machen heute wieder mit Screenshot und ohne Toggle, glaube ich. Leute, ich schwöre es euch, ich habe diese Location noch nie in meinem Leben in GTA so gesehen. Ich mache einen Screenshot und ich werde es als Stani schicken. Es ist kein schweres Versteck, ihr habt es gesehen, aber es ist ein Ort, den man so nicht kennt. Das ist krass. So. Dann sehen wir uns gleich, ich werde Stani mich jagt. Das erste Auto. Oh nein, Leute, das ist so ein OP-Auto. Oh mein Gott, das Auto ist richtig nice. Das ist nämlich hier GLS, nee, GLC, glaube ich, nee, GLS 63, oder? GLC, oh, ich habe keine Ahnung, Leute. Vielleicht bin ich schon versteckt. Äh, das ist auch, ja, das Auto ist auch nicht so schlecht. Auch nicht so ein gutes Auto. Äh, eine Yacht, okay. Und ein Spielzeugauto und ein Formel-1-Auto. Okay, ich denke mal, ihr solltet euch klar sein, was ich nehme. Und zwar, ich nehme den 63er AMG. MbK hat gerade schon gesagt, er hat sich versteckt. Okay, dann werde ich mal gucken. Ich bin schon fertig, ja, ja. Du bist schon fertig. Denkst du denn, versteckt? Du willst es nicht wissen vom Screenshot, Bro. Ich bin da lang gefahren, ich wusste nicht, wo es ist, ey. Was? Bro, ich kenne diese Location nicht. Hey, okay, Leute, ich werde euch jetzt mal hier die Location aufmachen. Und euch zeigen. Es ist nicht schwer. Ähm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß es natürlich, aber ich fand es schwer. Ich spiele auch schon seit Anfang an GTA und so diese Location habe ich noch nie gesehen. Äh, ja, okay. Aber wir haben ja auf diesem Bild natürlich einige Hinweise, die uns zeigen, wo das sein könnte. Und zwar, wir sehen hier, es ist Kanalisation. Ja, es ist relativ einfach. Und wisst ihr was? Guckt mal hier. Dieses kleine Ding hier, Freunde, hat ihr nämlich verraten. Und da werden wir jetzt hinfahren. Da werden wir ihn auch finden. Das kleine Ding. Damit wird ja nicht rechnen. Ich zeige euch das nämlich gleich mal. Das Hochhaus, ne? Ne, 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 es hat sich eine Sache versteckt, aber wir werden uns gleich sehen. Also, kannst dich schon mal bereit machen, wenn ich komme, dass ich dich direkt jagen werde. Die einzige Waffe, die uns heute zur Verfügung steht, um die YouTuber zu jagen, ist... Boah, das Auto ist so krass, was ich habe, Leute. Das Auto ist echt so heftig OP, was ich habe. Und zwar, wir dürfen uns heute natürlich wie immer eine Pistole geben. Die klassische Pistole, ohne irgendwelche Aufsätze oder sonst was. Aber dann zeige ich euch erst mal, wo MBKs Location ist. Nämlich, klar, sie ist auf eine Art nicht schlecht, aber sie ist auch nicht ultra gut. Und zwar, sie müsste hier, warte mal, hier in der Nähe sein. Ah, guck mal hier. Guck mal hier. Und deswegen, Freunde, ich wusste direkt, wo es ist. Er hat sich verraten durch eine sehr kleine Stelle. Ich zeige euch das mal. Ey, GTA OGs wissen es direkt. Guckt euch das mal an hier. Seht ihr das? Und jetzt gucken wir noch mal auf das Bild, was er uns gesendet hat. Guck mal hier, guck mal hier. Das ist das Bild. Und guckt mal hier in die Ecke. Seht ihr diese Farben? Ich kannte dieses... Ja, ich weiß nicht, was das ist, Leute. Das ist eine Statue oder so. Und deswegen ist er eigentlich... Müsste er quasi vor der Statue einfach in der Kanalisation stehen. Ich weiß jetzt nicht, was er daran so besonders findet. Aber gut, okay. Wir dürfen die erste Minute nicht schießen. Und wir dürfen heute nicht toggeln. Also heute ist wirklich eine absolute Hardcore-Folge. Ich darf die Autos nicht orten. MBK, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich verraten habe. Aber es ist die Statue, MBK. Welche Statue? Oh, da bist du ja, mein Freund. Ja, also das war... Sag mal ehrlich, das ist... Aber welche Statue? Bro, die... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach, nein. Eine Minute, ne? Eine Minute. Ach so. Aber ich werde ihn jetzt hier erstmal hier festsetzen, Leute. Ich werde ihn jetzt hier... Hier werden wir ihn jetzt festsetzen, so. Oh, das sieht nicht gut aus für dich. Jetzt haben wir ihn... Nein, das sieht echt nicht gut aus. Oh, das sieht nicht gut für dich aus. Oh, oh, oh. Oh, MBK. Oh, was ist da los? Was ist da los? Oh. 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 Bro, dein Wagen ist so... Alter, meiner hat voll Power. Ja, der hat... Oh Gott, okay. Ich lasse dich hier nicht mehr raus, Junge. Ich lasse dich hier nicht mehr raus. Nee, okay, ich komme echt nicht raus. Okay, das war's, glaube ich. Das war's, glaube ich. Wie lange hast du Zeit noch? Ja, ich habe noch... Ich habe noch ungefähr 35 Sekunden. Hast du noch Zeit? So. Digga, was machst du mit dem? Ja, ich werde schon mal hier meine Waffe auswählen, weil nur noch wenige Sekunden. Und dann darf ich das Feuer eröffnen, MBK. Nee, also... Es tut mir leid an alle Leute. Ich komme keine Zeit drausholen. Ja, du brauchst doch keine Zeit drausholen, weil du einfach nur schlecht bist. Sag mal ehrlich, dachtest du wirklich, ich finde dich da nicht? Also jetzt vom Screenshot her... Also das Ding ist, ich bin runtergefallen in diese Ebene und ich habe das noch selbst noch nie gesehen. Oh mein Gott. Bro, okay, das war's. Nein, ich wollte ins Wasser kicken. Du wolltest ins Wasser. Okay, gut, MBK. Deine Schonzeit ist aber jetzt auch vorbei. Ja. Deine Schonzeit ist vorbei. Das heißt... Bro, mein Wagen ist so tief, wenn ich ins Wasser falle, selbst in der Mitte... Und vorbei. Reifen schon mal weg. So, Reifen. Einer ist weg. Die Reifen, Leute, wären es hier... Wir müssen nur noch warten, bis die Reifen platzen und dann ist das hier eine Geschichte. Ah, schade. So, oh! Oh! Da haben wir ein großer Protest gemacht. MBK? Also, ich hoffe, euer Auto ist OP. Ich... Bro, das ist dein Auto. Das Ding ist, ich muss mir jetzt fünf neue Autos spawnen, aber dein Versteck war... Oha, wie unfair hast du denn mit dem Auto mix? Ja, du warst der erste gewesen, der fertig war, der hier rumgeschrien hat. Ah, okay. Deswegen, wir werden jetzt hier unsere Autos bohren. Oh! Okay. Drei. Okay. Vier. Ah, das ist eher so ein Drag Race Auto. Und fünf. Oh, okay, Freunde. Die Autos sind jetzt alle nicht so ultra krass. Aber ich glaube, ich nehme hier den Toyota Supra. Ich weiß nicht. Der Supra hat, glaube ich... Ich würde... Viele hätten jetzt wahrscheinlich die Lamborghini genommen, weil ich kenne den Lamborghini. Die hat leider nicht so eine gute Performance. Deswegen habe ich mich hier für den Supra entschieden. Und wir gucken mal, wo wir den nächsten Screenshot haben von dem Nächsten, der gesucht werden soll. Und das hat uns... Ah. Leute, das ist... Bro, Amir, denkst du, dass das ein guter Screenshot ist? Ich denke, dass du es erkennen kannst. Es ist ein sehr einfacher Screenshot, weil an so einer Location habe ich mich schon mal bei einem Hide and See versteckt. Und deswegen kenne ich das Ganze hier. Es ist in der Nähe... Es ist ein Parkhaus. Es ist in der Nähe von einer Polizeistation. Ich bin mal gespannt, Leute, ob ihr wusstet, wo das ist. Aber wir fahren mal hin. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, wo ungefähr. So. Also, ich glaube, hier irgendwo müsste es hier auf der linken... Ja, ja. Ach, Amir. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Check, den wir hier haben. Ja, Freunde. Das sieht ziemlich ähnlich aus. Also, Junge, ich habe ja die Location innerhalb von 0,0 nichts gefunden. Nämlich guckt mal hier, was hier ist. Das ist hier nämlich die Polizeistation, die halt ein bisschen weiter oberhalb ist. Deswegen wusste ich auch direkt, wo sich dieser Ort befindet. Aber wir müssen jetzt Amir auch an dieser Stelle natürlich erstmal finden. Ich habe natürlich die Vermutung, dass er sich im Parkhaus versteckt. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Auto er hatte, aber... Das wird ihm auch nichts... Das große... Ein großes Auto, okay. Das Hacker-Auto. Ach, das Hacker-Auto. Stimmt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. So. Dann werden wir mal hier im Parkhaus reinfahren. So, okay. Hier ist noch ein bisschen nichts zu sehen. Vielleicht hat er sich ja unsichtbar gemacht mit seinem Hackermobil. Ach, Amir. Ich wollte das Spockschatze nutzen. Schade. Ja, Toggle brauchst du ja diesmal nicht lösen, Amir. Weil Toggle haben wir ja nicht. Oh, oh. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Er ist gut rumgekommen, Leute. Gar nicht so schlecht. Oh, oh, okay. Er gibt Fullgummi. Oh Gott, nein, 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 nein. Wir dürfen erstmal... Jetzt kommt es natürlich auf das fahrerische Können an. Wir dürfen erstmal nicht schießen. Amir macht einen Jumper hier. Interessant. Ah, da wollte man... Ah, schade! Schade! Da wollte man nicht outplayen, dass ich vielleicht weiterjumpe. Aber das Auto ist gar nicht so schlecht, worauf du hast. Ja, ist echt nicht schlecht. Oh mein Gott, dieser ganze Gegenverkehr. Ich dachte gerade, er ist weg, Leute. Also dafür, dass du gerade rumgehäulert hast, dass das Auto so schlecht ist, bin ich... Es ist nicht das Beste, aber... Oh nein, 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 nein. Oh, das war jetzt doof gewesen, Amir. Das war jetzt... Man sieht aber gar nicht, was kaputt geht. Ja, das Auto ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ja. Ah, willst du jetzt nochmal auf Highspeed probieren? Zehn Sekunden, Amir, darf ich auf dich schießen? Und dann werde ich direkt das Feuer öffnen. Okay, okay, okay. Er gibt hier... Ja, die Büsche sind gut. Ja, durch die Büsche fahren ist auch echt eklig. Amir, ich glaube an dich. Oh mein Gott, das hat er gut gemacht. Junge, wäre ich da runtergefallen. Okay, ich merke, Amir, du bist sauer. Du bist sauer. Nein, nein, ich bin nicht sauer. Mir macht gerade übel Spaß. Amir hat einfach Spaß, meine Freundin. Nein, der schießt! Jungs, rettet mich! Wie denn? Bro, das Auto hat Hackerreifen. Weiß ich nicht, weiß ich. Ich habe jetzt ein Video gezeigt, dass ich es richtig hardcore gemacht habe. Ich glaube, das Auto, das hat Schuss... Okay, das wird jetzt richtig hardcore. Das wird jetzt richtig hardcore. Ich habe extra ein Video gezeigt, dass ich es schusslich ausgemacht habe. Ja, alles gut. Ich glaube nämlich, das ist halt ein Hacker-Wagner. Es ist halt ein Hacker-Auto. Nein, 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 du hast jetzt den ersten Reifen erwischt. Ja, weil das ist ganz cool. Ich hatte eigentlich schon vorher den Reifen erwischt. Oh Gott, du sagst zwei erwisch, Bro. Ja, das war's, das war's, also. Das war's, willst du aufgeben? Ich gebe niemals auf, Kollege! Okay, Armin. Danke, danke für den Dreher. Wenn du nicht aufgibst, werde ich jetzt beenden, okay? Wenn es für dich okay ist. Nein, nein, nein. One-Shot, Headshot, Armin ist plattgebracht worden. Ey, sei dir ehrlich, ich hatte ein paar gute Tricks auf Lager, die waren schade. Ja, es waren ein paar sehr gute Tricks auf Lager, aber sie haben nicht gereicht, um Stani-Bunny aufzuhalten. Deswegen werden wir jetzt nochmal fünf Autos spawnen. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Okay, McLaren Senna, GTA, oh nein, 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 Cybertruck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Rolls Royce. Was ist im Rahmen? Oh, Gottes Willen, Leute. Oh, Gottes Willen. Rolls Royce. Rolls, Leute, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich nehme sogar echt Motorrad, ne? Echt? Ich glaube, weil, oh mein, okay, das ist das OP-Motorrad. Ja, 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 Motorrad, Motorrad. Oh, das wird mal eine andere, also, dass wir auch mal hier mit Motorrad jagen, haben wir auch äußerst selten. Aber, Russik, mach dich mal bereit, mein Liebster aller Juts da, weil wir gucken uns, oder soll ich mir erst Ente holen? Ne, ich hol mir erst Russik, weil viele sagen immer, Ente holen wir mal so früh. Deswegen holen wir mal den alten Russik-Pupsik. Wir gucken mal, wo er ist und, oh, wo ist das, Leute? Wo ist das? Was? Okay, das ist gerade, da muss ich gerade selber mal überlegen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Boah, ich bin mir gerade ultra nicht sicher, ne? Alter, du hast eine eklige Location. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Junge. Ja? Ja, ich werde mal hinfahren, gucken, wo es ist. Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Ja, ist ja okay. Ich merke ja nicht rum, dass das Foto schlecht ist, aber ich kenne die Location einfach nicht. Ich habe aber eine Vermutung. Leute, meine Vermutung sagt mir, dass er hier in diesem, ne, hier in diesem Bereich ist, glaube ich. Bin mir aber selber, wie gesagt, nicht komplett sicher. Weil da ist, wir sehen, er hat so einen komischen, schwierig, Leute. Es ist echt sehr, sehr schwierige Location. Gut, wir werden mal hinfahren, wo ich denke, wo es sein könnte. Guck mal, ich glaube nämlich, dass die Location, wo er sich versteckt, hier irgendwo ist. Weil guckt mal, hier sind nämlich diese komischen, hä? Warte mal, ist das hier sogar? Weil guck mal, hier sind diese Metallkanister. Und wenn ich jetzt nochmal reingucke auf sein Bild, hier sind auch diese Metallkanister. Ja, das passt schon. Das passt schon. Und das könnte, warte mal, das ist der Berg hier im Hintergrund. Wenn wir jetzt mal gucken, das ist der Berg im Hintergrund. Könnte hinhauen. Also, es könnte dieser Bereich hier sein. Das nächste... Oh! Okay, und hier sind sogar diese Strommasten, die wir auch auf dem Bild haben. Das ist halt auch nochmal ein sehr, sehr guter Indizpunkt. Also, wir müssen quasi... Warte mal, einen Strommast suchen. Guck mal, hier ist ein Strommast. Also, wir müssen eigentlich hier überall gucken, wo diese Strommasten sind. Und an irgendeiner Location würde er sich halt eventuell... Guck mal, hier vorne ist noch einer. Ich muss jetzt eigentlich... Theoretisch, hier müsste nur diese ganzen Strommasten hier abfahren. Hier ist einer, hier ist er nicht. Das ist nicht die Location. Ey, das ist ja voll smart. Ja, dieser Stromkasten hat ihn wirklich verraten, ne? Also, ich gucke jetzt gerade nochmal... Warte mal. Bro! Na, ey. Das ist... Leute, ich bin zu krass. Ich spiele schon so lange GTA, das ist zu krass. Gucken wir uns jetzt mal gerade an. Das Bild hat er genau an dieser Location geschossen. Ey, das ist... Also, ich sag ehrlich, ich will mich nicht selber loben. Aber wer wusste das? Soll es mal unten in die Kommentare reinschreiben. Das war meiner Meinung nach nicht ganz so einfach gewesen. Okay, wo ist der gute alte... Da ist er, Leute. Da ist er. Moin, mein bester Allerjutsch da. Was geht? Alles gut, Bro? Ja, was geht? Ja, ja, ja. Wie schnell ist dein Motorrad rückwärts, bitte? Ja, mein Motorrad ist echt OP. Ich sag ehrlich, das ist riesig. Also... Oh, mein Auto ist leider sehr schlecht. Mein Auto ist so im Müll. Das... Oh! Oh! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, oh, mein Gott! Oh, mein Gott, das ist alles der Move! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Nein, mein Auto ist das schlecht. Guter Move, guter Move, guter Move! Ich hab ihn einfach runtergeschneitert. Oh, guter Move, guter Move! Guter Move! Wo, sich drehen und fahr einfach um! Ja, fahr mich doch um, los, komm doch! Aber guck mal, das Ding ist halt, ich hatte auch nicht so Glück mit Autos, aber ihr habt heute ja wirklich die kompletten Schrott kamen gezogen, also ich sag, ich muss mich nicht mal anstrengen, dich zu kriegen, also ich bin so viel mehr erwartet irgendwie von russig, pupsig. Was soll ich denn machen, wenn Autos nicht mag? Dass ich enttäuscht bin? Bro, aus Mist kannst du auch kein Gold einfach so machen. Oh mein Gott, du hast ihn mit Augen gehalten! Ja, Russig, Papa, fahr sie durch! Ja, 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 ja. Russig, jetzt nicht noch im Blick, jetzt nicht noch im Blick! Hat er? Ja, ja, ja. Nein! Ach, Quat! Ich fahr nicht, sag was du willst, du warst am Schwitzen! Nein, ich war nicht am Schwitzen! Ich war ansatzweise am Schwitz, Leute. Ich mach das hier alles locker, jogg dich nebenbei. Und da kommt jetzt der erste Reifen. Zweite Reifen. Guck mal, wie ich mich drehe, Alter. Dritte Reifen. So, Freunde. Mein Auto ist so schlecht. So, Leute. Jetzt müssen wir einfach nur noch ganz kurz warten, bis die Magie passiert. Und zwar Simsalabim. Reifen platzen innerhalb von 30. Oh, die sind geplatzen. Ey, Russack, überfahm ich doch nicht. Ey, Russack. Ich lass dich so ekelhaft. Ich lass dich noch ein bisschen leiden hier. Und soll ich ihn... Oh, der One-Click geht da auch bei Rutsig-Pupsig-Rein. Also, ich sag ehrlich, der Beste war heute... Es gibt kein Beste bisher. Ihr wart alle leider Müll gewesen. So, das ist der Final-Showdown gegen... Endlich. Ich werde jetzt hier meine... Äh, fünf Autos spawnen. Ey. Hä, ist das ja nicht dauernd, oder was? Oh, 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 oh. Okay. Okay. Äh, wartet. Drei... 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 Vier... Also, da sind jetzt immer richtig ekelige Locations. Ich bin mal gespannt, wo er sich versteckt hat. Wir gucken mal rein. Okay. Ich muss sagen, Location is easy. Location is easy. Weil wir sehen ein sehr, sehr großes Gebäude. Wir sehen ein ultra großes Gebäude im Hintergrund. Und ich guck mal kurz... Ich würde auf der Map sagen, es ist hier in diesem Bereich ungefähr. Wir müssen halt nur dieses große Gebäude suchen, was sehr auffällt. Weil es sah schon meiner Meinung nach sehr speziell aus. Oh mein Gott, aus dem Weg war hier... Das Gute ist halt, ich kann mit dem Auto auch überall rüberfahren. Das ist richtig perfekt. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wo dieses Gebäude ist, was auch relativ groß ist. Wie gesagt, ich glaube hier in diesem... Irgendwo hier... Bin ich, glaube ich, schon richtig. Also endlich, ich muss dir sagen, ich weiß die Location nicht auf Anhieb. Aber... Es ist ein sehr, sehr großes Gebäude, wo ich mir, glaube ich, sicher bin, dass ich das finden werde. Ich muss mich nur kurz umgucken. Wartet mal. Ich glaube, ja, ja. Oh, doch, 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 doch. Ich weiß wo, ich weiß wo, endlich, ich weiß wo. So, wir müssen mal gucken. Ich glaube, irgendwo hier müsste das sein. Oder irre ich mich jetzt komplett. Ich muss mal hier hochfahren. Aber hier ist auch kein großes Gebäude mehr. Vielleicht irre ich mich gerade ein bisschen. Wartet mal. Vielleicht... Ah, wartet mal. Da war ja auch ein Parkhaus dabei, ne? Ja, doch, es war ein Parkhaus dabei. Guck mal, ist das das Gebäude da? Nee, ich gucke jetzt nochmal. Ich checke jetzt nochmal kurz dagegen. Hä? Warte mal, können wir noch irgendwas im Hinter... Doch, doch, doch. Ich weiß, doch, doch. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Real Rapper, ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Es muss... Es muss... Es muss irgendwo hier sein. Also, es muss safe hier irgendwo in dem Bereich sein. Weil das Parkhaus im Hintergrund kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Aber... Ja, doch. Ich glaube... Ich weiß, wo... Ich glaube, ich weiß, wo... Weiter unten. Wir waren vielleicht ein bisschen zu weit oben gewesen. Und das Ding ist ja auch eher weiter im Hintergrund. Guck mal, hier vielleicht... Ah, 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 ah. Hier. Ich glaube... Warte mal. Ich glaube hier, Freunde. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre... Bin ich der Meinung? Nee. Ich glaube, ein bisschen weiter rüber. Ich hätte gesagt, hier, aber... Bro, man sieht halt nirgends so das Gebäude im Hintergrund. Hä? Wo ist das? Also, hier ist kein... Warte mal. Wartet mal. Wartet mal. Ah, ich bin lost. Ich bin lost. Ich war... Also, das ist auch ein bisschen peinlich, ne? Also, ich sage hier... Ich rede die ganze Zeit GTA OG. Und guckt euch mal das Gebäude da an. Dieses Riesending da. Dieses Riesenteil. Und das ist doch der Screenshot, den Ente mir gesendet hat. Und wir gucken jetzt nochmal rein. Und hier ist das... Hä? Er ist über... Ah, okay. Ich verstehe es. Ich weiß, wo er ist. Er ist... Guck mal. Er hat die Rampe genommen und ist da aufs Haus gejumpt. Hier. Er ist hier irgendwo aufs Haus gejumpt. Äh, wir werden mal kurz von oben gucken. Und dann werde ich Ente mal einen kleinen Besuch abstatten, würde ich mal sagen. Kurz reinfahren hier. Kurz Parkhaus raus. Aber ist eigentlich auch schon eine altbekannte Location, meiner Meinung nach. Ey, Bro. Das Ding hat einen Wendekreis wirklich vom Bus. Vom Zug oder vom... Weiß ich was. Monster Truck. So, und ich glaube, Ente wird hier einen Jumper gemacht haben. Das glaube ich zumindest. Und dass er vielleicht da hinten irgendwo drauf gelandet ist. Ja, so muss es sein. So muss es sein. So muss es sein. Ah, da ist er doch. Da ist er doch, Leute. Da ist er doch. Da ist er doch, das kleine Entchen. Boah, will er mich jetzt hier veräppeln, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. 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 Oh nein. Ente? Doch, doch, doch. Links, links, links. Hast du dich gefangen, Ente? Äh. Nein, 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 Stunny, natürlich nicht, Bro. Äh. Stunny, bin ich doch niemals, äh. Äh, Ente ist stark, Bro. Also, ich mache jetzt mal ganz langsam den Timer an. Äh, den Timer für was, für was, für was, für was, Stunny? Bro, wie hast du dich gerade... Der hat sich gelöst, Leute. Hat er gecheatet? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ah, okay, Leute, der Timer läuft. Natürlich, Ente, zum Abschießen. Ich bin doch nicht Blackjack, ich bin Ente. Was geht? Ja, Bro, äh, du fährst ja echt sehr gut, Ente. Äh, ja, natürlich, ich bin ein guter Fahrer, weißt du, Stunny? Oh, das war halt gar nicht so langsam. Ich muss so ein bisschen aufpassen, weil Ente natürlich wahrscheinlich ein bisschen bessere Kurven lagert wie ich. Ah, ey, ey. Ente. Ente, Ente, links, links, links. Ente. Oh, ja, ich muss in den Abfluss, ich muss in den Abfluss. Ja, in den Abfluss, wo er zu Hause ist, Junge. Du bist nämlich eine Kanalente, Alter. Der hat eben gar nicht gehört, ne? Er hat gesagt, dass er sich im Fitnessstudio versteckt. Weil du nie dahin gehst. Ja. Oh mein Gott, was für ein geiler Jumper. Okay, Ente macht's gerade nicht schlecht, Leute. Ente macht's gerade nicht schlecht. Nein, Stunny, bitte. Du hast nicht mehr lange... Was macht der gerade? Gubst du? Was macht der hier gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Ente ist in die falsche Richtung gefahren. Hey, Ente in die andere Richtung gefahren, wäre es viel besser gewesen. Oh, in die andere Richtung hätte er mich, glaube ich, echt hochgenommen. Ja, 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 ja. Ente, du bist in die falsche Richtung gefahren. Oh nein, bitte. Wo ist Ente? Ente ist, glaube ich, weg. Ente ist, glaube ich, weg. Du bist Ente, wie du so... Nein, du bist Ente, wie du sagst. Ich glaube ihm nicht. Nein, 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 nein. Ente. Nein, 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 bitte. Genug mit den Spiränzchen, Alter. Bitte, bitte, Stunny, bitte. Genug. Oh, das ist das weh. Oh, bitte, bitte. Nein. Nein, 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 nein. Meine Reifen sind schon vor Sonneplatz. Ja, heul, Ente. Bitte, Stunny, nein. Das war's. Ey, ich habe heute alle YouTuber auf Easiness gefangen. Crazy. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt die anderen Leute ab. Das war's gewesen. Tschö, bitte.